Pietro Lombardi als Geldgeber? Laura Maria Rüpper nennt Wahrheit über Hauskauf. Vor wenigen Tagen überraschten Laura Maria Rüpper, 27, und Pietro Lombardi, 31, ihre Fans mit den News, dass sie sich ein Eigenheim zugelegt haben. Doch wer hat die Hütte eigentlich finanziert? Mit dem Hauskauf sind die Influencerin und der DSDS Juro nach der Verlobung im vergangenen Herbst und der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Leano im Januar 2023 jetzt den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gegangen. Die ersten eigenen vier Wände bedeuten dem Paar wahnsinnig viel. Wir planen darin unsere komplette Zukunft, betonten Laura und ihr Verlobte in dem Instagram-Post, mit dem sie den Immobilienco kürzlich publik machten. An Alessio, 8, Pietro Sohn aus erster Ehe mit Sarah Engels, 30, wird ebenfalls gedacht, Leano und natürlich auch Alessio werden dort aufwachsen und gemeinsame Erinnerungen mit uns schaffen, so der Wunsch der fürsorglichen Eltern. Im Rahmen einer kleinen Fragerunde auf der Social-Media-Plattform brannte den Fans jüngst vor allem eine Frage unter den Nägeln, nämlich, ob den beiden Tritteltauben das Haus tatsächlich zu gleichen Teilen gehört oder ob Pietro es alleine finanziert hat. Fans zweifeln, lebt die Influencerin nur auf Kosten von Pietro Lombardi? Die ziemlich eindeutige Antwort der gelernten Rechtsanwaltsfachkraft ließ nicht lange auf sich warten, wir haben uns das Haus zusammen gekauft, deshalb wird es 50-50 aufgeteilt. Stellte sie ganz offen klar. Was die 27-jährige Jungmama jedoch massiv ärgert, ist die Tatsache, dass einige Follower wohl noch immer dem Irrglauben folgen, sie würde dem Cinderella-Interpreten und früheren Pizzabäcker finanziell nur auf der Tasche liegen. Es gibt hier ja so einige Pappnasen, die glauben, dass Pietro alles alleine bezahlt. Aber nein, ich bezahle 50%, genau wie Pietro auch, betonte Laura. Zudem wies sie erneut darauf hin, dass ich mit Instagram ganz gutes Geld verdienen lasse. Bis die kleine Bitchwork-Familie ihr trautes Eigenheim tatsächlich auch beziehen kann, werden wohl noch einige Wochen ins Land ziehen. Es liege schließlich noch jede Menge Arbeit vor den beiden, um das Haus nach ihren persönlichen Wünschen zu gestalten. Pietro und Laura sind diesbezüglich aber voller Tatendrang, das wird die nächsten Wochen sehr stressig, aber auch schön. Wir freuen uns drauf. Ausrufezeichen.Laura Maria Röpper ist überglücklich, wir tun es für unsere Familie. Voller Vorfreude fügt die neue Hausbesitzerin noch ergänzend hinzu, Leane und auch Alessio werden dort aufwachsen und gemeinsame Erinnerungen mit uns schaffen. Punkt. Sie freut sich auf die ganzen Erlebnisse, ganz egal, ob schöne oder auch schwere Tage. Wir tun es für unsere Familie, so die attraktive Blondine, die dem Gemauschel um eine mögliche Beziehungskrise mit ihrem Posting ein abruptes Ende setzt. Abschließend gewährte Laura ihren Fans noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Sie erklärt, jetzt genießen wir noch ein paar Tage unseren Urlaub und ab Oktober heißt es ran an die Arbeit. Punkt. Bis die kleine Patchwork-Familie ihr neues Domizil beziehen kann, dauert es also noch eine kleine Weile. Wie Laura abschließend klarstellte, müsse bis dahin noch so einiges passieren.